I am the Jochen und das ist der Frühsport für Samstag, den 9. September und Sonntag, den 10. September 2023. Schönen guten Morgen. Es gibt ein großes Highlight an diesem Wochenende und das ist am Sonntagmittag um 14.30 Uhr dran. Das Finale der Basketball-Weltmeisterschaft. Deutschland gegen Serbien. Zum allerersten Mal in der Geschichte steht eine deutsche Mannschaft im Finale der Basketball-WM und kämpft um den Titel. Und das wäre ein Riesending, wenn die Jungs das schaffen würden. Und ich sage euch was, warum soll es nicht klappen? Ich meine, im Halbfinale gegen die USA gewonnen und jetzt stehen uns eigentlich alle Türen offen. Wird auf jeden Fall ein Riesending, das Ganze live zu sehen. Nicht nur bei Magenta Sport und bei Magenta Sport Sport, sondern auch im Free-TV beim ZDF. Denn die haben die Übertragungsrechte sublizenziert bekommen für dieses Finale. Das heißt also, jeder kann es gucken, auch wenn ihr keinen Magenta Sport oder Magenta Sport Sport habt. Schaut da einfach im ZDF rein. Halb drei geht es los am Sonntagnachmittag. Und das wird auf jeden Fall ein Knall an. Also Halbfinale habe ich schon gesagt. Deutschland gewinnt gegen USA. Genau. Und immer noch völlig fertig von dem Spiel. Und die Serben haben sich durchgesetzt gegen Kanada. Deswegen um 10.30 Uhr spielt dann USA gegen Kanada auf Platz drei. Das gibt es auf Magenta Sport zu sehen. Und auf Magenta Sport Sport. Und dann eben das Finale 14.30 Uhr. Ah, 14.40 Uhr sehe ich gerade. Da geht es los. Das ist eine krumme Zeit. Also 14.40 Uhr Basketball. Ich bitte um Entschuldigung. Wir rechnen denn mit sowas. So, das ist also auf jeden Fall das eine Highlight. Das große Highlight des Wochenendes. Es gibt ein weiteres Highlight des Wochenendes. Denn Laura Siegemund spielt um einen weiteren Grand Slam Titel. Und zwar im Doppel. Mit Vera Svonja Reva steht sie im Doppelfinale der Frauen. Am Halbfinale haben sie gestern gewonnen gegen die Kombi aus Brady-Stefani. Finalgegner sind jetzt Dabrowski und Rodliff aus Neuseeland. Die haben gewonnen gegen Sie und Wang. Und um 19 Uhr geht der ganze Spaß los in Flushing Meadows. Laura Siegemund also wieder gegen das Publikum oder auch nicht. Denn Jennifer Brady auf der anderen Seite ist ja wieder eine US-Amerikanerin. Und wir haben noch eine Erinnerung zu Beginn des Turniers, als sie im Einzel gegen Coco Goff gespielt hat. Und die Zuschauer auf Seite von Goff waren. Aber auf schon nicht mehr schöne Art und Weise. Und dann hat sie sich doch sehr beschwert über das Publikum. Jetzt kehrt sie zurück auf den Court und kann die finale Revanche vollziehen. Würde ich mal sagen. Coco Goff kehrt aber auch zurück auf den Court. Denn die spielt im Damen-Einzelfinale gegen Alina Sabalenka. Goff gewinnt im Halbfinale gegen Mouhova. Und Sabalenka schlägt Madison Keyes. Das Damen-Endspiel gibt es am Samstagabend. Also am heutigen... Ihr müsst gehen nach dem an, der das Video guckt. Also Samstagabend Damenfinale 22 Uhr. Und das Damen-Doppelfinale Sonntagabend um 19 Uhr. Darin im Anschluss gibt es dann das Herren-Einzelfinale. In dem steht Novak Djokovic. Der hat gewonnen gegen Ben Schalten in drei Sätzen. Wie eigentlich erwartet, muss man fairerweise sagen. Finalgegner kenne ich jetzt hier gerade noch nicht. Denn dieses Spiel findet noch in der Nacht auf Samstag statt. Das ist... Dem bin ich noch voraus. Alcaras gegen Medvedev um eins geht es los. Falls ihr das Video noch gucken solltet. Irgendwann in der Nacht von Freitag auf Samstag könnt ihr noch reinschauen. Sport Deutschland ist hier eure Anlaufstelle. Dann gibt es noch das Mixed-Finale um 18 Uhr am Samstag. Bekula Krejcik gegen Danielina Heliovara. Und im Herren-Doppelfinale sind die Entscheidungen schon gefallen. Oder ist die Entscheidung schon gefallen. Denn Rajiv Ram und Joe Salisbury haben sich hier den Titel geholt gegen Bupana Epton. Herzlichen Glückwunsch schon mal dazu. Das zu den US Open. Also alle Spiele, wie ihr wisst, auf Sportdeutschland. Gegen Bezahlung. Gegen Extra-Bezahlung. Muss man, glaube ich, ja sagen. Genau, wisst ihr Bescheid. Dann gibt es heute... Und wenn ich jetzt... Mir überlegen. Ne, heute ist jetzt wieder Sonntag. Es gibt am Sonntag Ironman für die Triathlon-Freunde. Nicht der Film mit Robert Down Jr., sondern der Wettbewerb mit Jan Frodeno. Es ist sein letztes Rennen. Er hört danach auf. Beendet seine Karriere. Jetzt darf er nochmal ran. In Nizza allerdings. Denn das Ding ist nicht mehr auf Hawaii. Da war es früher. Aber wir wissen ja, Hawaii hat momentan ganz andere Sorgen. Deswegen also der Ironman in Nizza. Ab 6.45 Uhr geht es los. Im Stream auf sportstar.de. Wer das sehen möchte, da seid ihr gut bedient. Und da könnt ihr das ganze Ding verfolgen. Ruderweltmeisterschaften stehen an. Da muss ich jetzt auch was zu sagen. Da gibt es Finalläufe, auf die wir noch warten. Die finden statt. Zumeist eigentlich auch am Sonntag. Wir haben allerdings, muss man sagen, aus deutscher Sicht keine besonders brillante Bilanz. Hier ist es 14 olympische Bootsklassen gibt es. Und in Dreien ist Deutschland im Finale vertreten. Der Achter hat es noch geschafft. Oli Zeidler im Einer und der Doppelfierer. Alle anderen Finals finden ohne deutsche Beteiligung statt. Ist ein bisschen schade. 14.03 Uhr gibt es dann eine Sportschau am Sonntag, in der dann von der Ruder-WM, von diesen Finals, vom Achter, von Oli Zeidler berichtet werden wird. Die Triathlon-WM haben sie auch noch mit drin. Also den Ironman in dieser Sendung. 14.03 Uhr im Ersten. Aber am Sonntag parallel halt zum Basketball-Finale. Ich meine, das ist natürlich schon so ein Ding, wer guckt da was, könnt ihr beides gucken. Ihr schaltet hin und her, ihr seid groß genug. Ich glaube, ihr kriegt das hin. Gut, dann machen wir weiter mit, was haben wir noch, es ist so vieles. Wir nehmen uns aber die Zeit und gucken alles in Ruhe durch. Fangen wir mal Fußball vielleicht mal als nächstes. Ist auch ein großer Block. European Qualifiers. Ich fasse mal kurz zusammen, was sich Donnerstag und Freitag getan hat. Ein paar ausgewählte Ergebnisse. Spanien gewinnt 7 zu 1 in Georgien. Schottland 3 zu 0 auf Zypern. Niederlande schlägt Griechenland 3 zu 0. Frankreich, Irland 2 zu 0. Kroatien, Lettland 5 zu 0. Auch hier klare Sache. Die Türkei nur 1 zu 1 gegen Armenien. Die haben sicherlich mehr erhofft. Polen-Fähre 2 zu 0. Unproblematisch. Serbien-Ungarn 1 zu 2. Damit die Ungarn weiterhin in Richtung EM unterwegs. Dänemark 4 zu 0. Casan Marino Standardergebnis wird, ich sage, Portugal gewinnt knapp. In der Slowakei mit 1 zu 0. Das waren so die bisherigen Ergebnisse. Jetzt gibt es weitere Spiele am Samstag und am Sonntag. Auch hier picke ich nur mal ein paar raus. Alle Spiele bei der Zone zu sehen. Was haben wir Feines am Samstag zum Beispiel? Da gibt es um 15 Uhr am Samstag Aserbaidschan gegen Belgien. Wer nachmittags schon Lust hat, dort reinzuschauen. Dann gibt es um 18 Uhr Estland-Schweden. Ukraine-England gibt es um 18 Uhr. Zum Beispiel, der Nordmazedonien spielt gegen Italien um 20.45 Uhr. Und eben zu dieser Zeit gibt es dann zum Beispiel auch noch Kosovo gegen Schweiz. Und am Sonntag, da haben wir unter anderem 18 Uhr Finnland-Dänemark im Angebot. Montenegro-Bulgarien gibt es ebenfalls um 18 Uhr am Sonntag. 20.45 Uhr dann am Sonntagabend Irland gegen die Niederlande. Auch ein schönes Spiel, wie ich finde. Griechenland trifft auf Gibraltar und Albanien gegen Polen. Alles das 20.45 Uhr. Wie immer keine Konferenz auf der Zone. Wir hatten schon darüber gesprochen. Ein ebenfalls ganz, ganz wichtiges Spiel gibt es um 13 Uhr am Samstagnachmittag. Nämlich das entscheidende Quali-Spiel zur Women's Champions League. Eintracht Frankfurt spielt zu Hause gegen Juventus Turin. Ein Spiel, kein Rückspiel. Wer da gewinnt, spielt in der nächsten Saison in der Gruppenphase der Champions League mit. Und wer nicht, der nicht. Also auf jeden Fall ein echtes Endspiel, um die Qualifikationen live zu sehen im Hessen-Fernsehen. Ab 13 Uhr und auch auf der Zone. Die sind auch live dabei. Könnt ihr dieses Spiel dann verfolgen, wenn ihr Lust habt. Gibt auch noch ein Testspiel der deutschen Nationalmannschaft. Das Freundschaftsspiel gebe ich sonst nichts drauf. Aber aufgrund der angespannten Situation der Zeit rund um die Mannschaft von Hansi Flick will vielleicht jemand das Ganze gucken. Da starten wir am Samstagabend um Viertel vor neun. Deutschland gegen Japan wird geboten. Auf RTL ist das ganze Ding dann zu sehen. So, DFB-Pokal der Frauen. HSV hat gewonnen 7 zu 1 gegen St. Pauli. Das ist mein Statement. Weitere Spiele dieses Wochenende. Aber hier ist mir keine Übertragung bekannt. Die WM-Qualifikation hat begonnen für 2026. Ist noch ein paar Tage hin. Ja, aber die Südamerikaner haben schon mal angefangen. Argentinien gewinnt 1-0 gegen Ecuador. Durch ein Tor von Messi beispielsweise. Oder weitere Partien gibt es jetzt noch in der kommenden Nacht. Brasilien, Bolidien. Weiß ich nicht, wie es ausgegangen ist. Aber das ist jetzt noch in den Kinderschuhen sozusagen. Das war es vom Fußball. Wenn ich noch was vergessen habe mit San Fußball. Mir fällt jetzt gleich noch ein oder so. Oder ich finde noch was beim Drübergucken. Reicht es sich noch nach. Aber es müsste es eigentlich jetzt gewesen sein. Gehen wir zum Eishockey. Champions League läuft ja weiter. Die Adler Mannheim verlieren in Tappara im Penalty-Schießen. Ingolstadt gewinnt in Salzburg. Und Red Bull München gewinnt gegen Kosice. Das war wieder ein Spieltag. Und der nächste gibt es jetzt gleich am Samstag, Sonntag. Ihr wisst, die spielen immer sehr flott hintereinander weg. Am 16.30 Uhr Ingolstadt zu Gast in Paddubice. Am Samstag und am Sonntag spielen dann wieder die anderen. Und zwar 15 Uhr die Adler Mannheim in Luko. Und 16.30 Uhr Red Bull München gegen die Haie Innsbruck. Alle Spiele auf Sport Deutschland zu sehen im Abo. Und das Spiel München gegen Innsbruck gibt es außerdem live auf More Than Sports TV. Das gibt es im Free TV. Wer das kriegt, kann es gucken. Und da kostet es dann auch eben nichts. Das zum Eishockey an diesem Wochenende. Dann schauen wir mal weiter. Tennis haben wir schon, Basketball hatten wir ja schon am Anfang. NFL. Da kommen wir nicht drum rum. Die hat begonnen mit einem Sieg der Detroit Lions bei den Kansas City Chiefs. Ich habe es nicht gedacht im Vorfeld. Bin eines Besseren belehrt worden. Wer mehr Lust hat auf NFL. Es wird am Sonntagfrüh das große Vorschau-Video hier erscheinen zur NFL. Vielleicht schon Samstagabend. Mal gucken. Mit allen Betrachtungen. Es ist grandios neu. Das habt ihr noch nie gesehen auf diesem Kanal, was wir da veranstaltet haben. Lukas ist dabei als Experte. Das kennen wir schon. Aber es ist, diese kleinen Helmchen haben ausgedient. Es wird multimediales Feuerwerk, was es da gibt. Und es wird eine Dreiviertelstunde dauern. Und wir durchleuchten alle Divisions und die Chancen der Teams und tippen, wie es ausgeht. Und wenn die Playoffs kommen. Kann ich sehr empfehlen. Ein ganz besonderes Video, was hier am Sonntag also rauskommt. Deswegen ist es hier auch ein Doppelfrühsport. Diese Ausgabe, weil wir ja Sonntag diese Vorschau vor uns haben. Und dann schauen wir mal auf den Spieltag in der NFL, der da vor uns liegt. Denn es ist der Erste und er bietet Neuheiten. Denn die NFL gibt es nicht mehr bei RAN.de und auch nicht mehr bei ProSiebenMax oder sowas. Sondern bei RTL läuft es im Hauptprogramm. Der Sohn hat aufgestockt. Und es gibt jetzt insgesamt am Sonntag fünf Spiele einzeln mit deutschem Kommentar live zu sehen. Wer Lust hat, dazu Konferenzen. Also es wird paradiesisch hier. Detroit haben wir schon in Kansas City. Die haben gewonnen. So, dann gibt es heute Abend, und zwar heute Abend ist jetzt wieder Sonntag. Zwei Spiele auf RTL im Hauptprogramm. Die ziehen das gnadenlos hier durch. 19 Uhr geht es los mit den Cincinnati Bengals zu Gast bei den Cleveland Browns. Das ist das erste Spiel hier auf RTL. Und das zweite gibt es dann in, ja wie immer so gegen halb elf, wenn dann die zweite Runde beginnt, Miami Dolphins zu Gast bei den Los Angeles Chargers. Das sind die Spiele auf RTL im Free TV. Dann gibt es auf RTL Plus ein Spiel gegen Bezahlung. Das sind die Carolina Panthers zu Gast bei den Atlanta Falcons. Und bei der Sohn gibt es zwei Einzelspiele. Im frühen Block um 19 Uhr die San Francisco 49ers gegen die Pittsburgh Steelers. Und dann im zweiten Block halb elf die Philadelphia Eagles zu Gast bei den New England Patriots. Außerdem bei der Sohn die Red Sohn, das heißt die Konferenz mit US-amerikanischem Originalkommentar. Dazu die End Sohn, das ist eine Konferenz mit deutschem Kommentar. Und in der Nacht um 2.20 Uhr, Nacht auf Montag, die Dallas Cowboys bei den New York Giants. Alles das also dann auf der Sohn zu sehen. Wer den Game Pass hat über der Sohn, den gibt es nicht mehr separat, den gibt es jetzt nur noch über der Sohn. Da ist er dann auch ein Drittel billiger, kostet glaube ich noch 120 Euro oder so in den Dreh. Der kann natürlich jedes Spiel live gucken, das ist klar. Es gibt noch viele weitere Partien an diesem Spieltag, aber ich haue die jetzt nicht alle runter. Ihr findet es bestimmt. Und wenn ihr euch interessiert, dann werdet ihr auch herausfinden, welches Spiel für euch noch in irgendeiner Weise interessant oder relevant ist. Genau, da freuen wir uns drauf und dann sind wir in Sachen Football, aber immer noch nicht ausgelastet, denn an diesem Wochenende gibt es auch die erste Playoff-Runde in der European League of Football. Da gibt es das Wildcard-Weekend. Wir haben zwei Spiele, wie schon erwähnt, und zwar am Samstag um viertel nach drei die Frankfurt Galaxy zu Hause gegen die Berlin Thunder. Ich glaube Berlin Thunder und Frankfurt Galaxy, müsste man offiziell sagen. Viertel nach drei und am Sonntag gibt es um viertel nach zwei die Stuttgart Surge. Die haben empfangen die Panthers-Rotswaff, wie ihr will wissen. Beide Spiele gibt es auch live zu sehen im Fernsehen und zwar auf ProSieben Max, also Samstag 15.15 Uhr und am Sonntag um 14.15 Uhr. Das also ein volles Football-Programm an diesem Wochenende. Ich glaube, da kann man sich nicht beschweren als Fan dieser Sportart. Wer sagt, ich habe mehr Bock auf Volleyball, der wird auch bedient an diesem Wochenende, nämlich mit weiteren Spielen der Europameisterschaft der Männer. Da gab es die ersten beiden Achtelfinals gestern schon. Rumänien schlägt Kroatien und Frankreich schlägt Bulgarien. Heute dann das deutsche Team im Einsatz. Um 21 Uhr geht es gegen die Niederlande. Deutschland ist Außenseiter, müssen wir uns nichts vormachen, aber manchmal gibt es ja dann doch den Überraschungstriumph. Basketball, ein gutes Beispiel. Drücken wir die Daumen. 21 Uhr Sport Deutschland gegen Bezahlung. Wer Lust hat, gucke dort rein. Und wer sich das auch leisten kann, dieses Abos, klar. Weitere Spiele dort dann schon am Nachmittag Slowenien, Türkei, Italien, Nordmazedonien und Portugal, Ukraine. Ab 16.30 Uhr das Ganze. Und am Sonntag gibt es dann noch zwei Spiele, nämlich Serbien, Tschechien um sechs und um neun abends dann Polen gegen Belgien. Dann sind wir durch mit dem Achtelfinale hier im Volleyball. Dann schauen wir auf die Wasserball Champions League. Da läuft, das habe ich jetzt erst geschnallt, das ist eine Quali-Runde. Wir spielen in Fünfergruppen und nur der Erste kommt dann in die eigentliche Champions League. Auch komisches Konzept irgendwie. Duisburg hat wieder verloren gegen Brescia, ist quasi schon aus dem Rennen. Hannover gewinnt gegen Apollon Smirniz und hat zumindest noch so Resthoffnungen. Lass nochmal so stehen. Rugby-Weltmeisterschaft ist eröffnet worden gestern Abend in Paris. Und zwar Frankreich gewinnt gegen Neuseeland mit 27.13. Ist damit der erste Sieger dieses Turniers. Geht aber natürlich noch weiter, kommen noch mehr Spiele. Heute gibt es die nächste Runde. Alle Spiele live zu sehen auf RAN.de und ein paar davon gibt es dann auch live im Fernsehen. 13 Uhr Italien gegen Namibia zum Beispiel. Jetzt muss ich kurz gucken. Das gibt es meines Wissens auch im Fernsehen zu sehen auf ProSiebenMax. Genau, um 13 Uhr. Dann gehen die rüber zum Football, European League Football Spiel. Deswegen müsstet ihr um 15.30 Uhr Irland gegen Rumänien auf RAN.de gucken. 18 Uhr Australien gegen Georgien. Und der Knaller am Abend, der ist dann wieder live auf ProSiebenMax ab 21 Uhr England gegen Argentinien. Wer darauf Lust hat, herzlich eine Einladung dazu für Samstag. Wir gucken auf den Sonntag. Da gibt es drei Spiele. Die sehen dann wie folgt aus im Spielplan. Es gibt zunächst um 17 Uhr, nee, auf RAN.de um 13 Uhr Japan gegen Chile. Dann gibt es um 17.45 Uhr wieder auf ProSiebenMax. Südafrika gegen Schottland. Und um 21 Uhr dann Wales gegen Fiji zum Abschluss des Tages. Kann man, denke ich, so lassen. Ist ein interessanter Spieltag. Die Hockey-Bundesliga der Männer beginnt an diesem Wochenende. Und die gibt es ja ab sofort auch bei DINE Sports. Und DINE hat gesagt, wir zeigen die Hockey-Bundesliga in der ersten Saison komplett gratis. Free for all. Soll ein bisschen Werbung sein. Da schaut ruhig mal rein. Ich lese hier die Spielpaarung jetzt nicht vor. Das mache ich am Tischtennis zum Beispiel. Ja, auch nicht. Aber wer Lust hat auf Hockey am Wochenende, einfach mal reingucken bei DINE, wie die das Ganze machen. Auf dem YouTube-Kanal von DINE gibt es da viel zu sehen. Und auf der Homepage von DINE, nehme ich mal an, werden sie die Free-Streams dann auch freischalten. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber müsst ihr mal schauen, was es da gibt. Also ein reichhaltiges Programm in Sachen Hockey. Zu verschiedensten Anstoßzeiten. Wer sie interessiert, der wird was finden. Aber über Tischtennis, ich habe gerade schon gesagt, es beginnen am Sonntag die Europameisterschaften der Tischtennis-Teams. Und die Deutschen sind natürlich wie immer ganz klar im Favoritenkreis mit dabei. Spielen auch schon um 13 Uhr die Frauen gegen England und um 19 Uhr die Männer gegen Finnland. Und auch dieses Turnier gibt es meines Wissens bei DINE Sports zu sehen. Wenn ich jetzt nichts Falsches in Erinnerung habe. Weil es doch bitte rügt und schimpft mich in den Kommentaren unter diesem Video. Aber ich lehme mich auf dem Fenster und sage, das gibt es bei DINE. Dann gibt es die DTM auf dem Sachsenring. Das ist nach vielen, vielen Jahren mal wieder der Austragungsort. Und wer Lust auf die DTM-Rennen hat, die gibt es am Samstag um 13.30 Uhr Rennen Nummer 1. Und am Sonntag gibt es das zweite Rennen ebenfalls um 13.30 Uhr. Beide Spiele, oder beide Rennen besser gesagt, gibt es live zu sehen auf ProSieben im Hauptprogramm. Da könnt ihr euch mit vergnügen. Gehen wir zum Radsport. Schauen wir auf die Etappe von gestern bei der Vuelta. Das war eine Schlacht am Berg, meine Herren. Am Schluss gewinnt Jonas Winkegaard diese Etappe vor Sepp Kass 30 Sekunden und Primoz Roglic 33 Sekunden hintendran. Das heißt also, drei Jungs aus dem Team Jumbo-Wismar dominieren diese Etappe. Und was soll ich sagen, in der Gesamtwertung sieht es halt ganz genauso aus. Auch da haben wir die drei Jungs von Jumbo-Wismar vorne. Und wenn jetzt nichts mehr Dramatisches passiert, dann werden die das Podest alleine belegen. Kass 1.37 Uhr vor Roglic und der wird um sieben Sekunden vor Winkegaard. Ayuso schon 2.37 Uhr hintendran auf Platz 4. Bester Deutscher jetzt Emo Buchmann mit 37 Minuten Rückstand auf 22. Die heutige Etappe ist aber schon wieder so ein Brett. Deswegen müssen wir immer in einer gewissen Vorsicht das Ganze sagen. Denn da könnte ja doch noch was passieren. Aber was wird realistisch passieren? Dumbo-Wismar wird... Vielleicht gewinnt jetzt mal Roglic die Etappe. Wir teilen das ja wahrscheinlich brüderlich unter deinem Laufhausprofil. Da kommen wieder hier einige Brocken. Ihr seht es hier, wir sind noch in Frankreich am Anfang. Es rollt erstmal gemütlich ein. So und dann geht es auf die höchste Kategorie. Especial, hier sehen wir es hoch. Dann starke Abfahrt. Wieder Especial-Kategorie. Dann geht es hier nochmal so ein Hüppelchen jetzt Tal runter. Und dann nochmal eine Bergankunft der ersten Kategorie. Das ist die Etappe für den Samstag. Und die hat es schon auch wieder massiv in sich. 12.30 Uhr geht es los. Bei Eurosport natürlich. Das ganze Ding zu sehen, wer Lust drauf hat. Und die Sonntagsetappe, die ist dagegen ja eigentlich schon fast Urlaub wieder. Gucken wir auch hier drauf. Das ist der Sonntagsspaß. Ja, jetzt mal ehrlich. Da ist doch nichts. Also wir sind da drei Hügelchen der dritten Kategorie. Und dann ist Feierabend. Also am Sonntag wird Classemont sicherlich nicht gefahren. Da können wir uns, glaube ich, darauf einigen. Trotzdem wird die Etappe natürlich ausgetragen. Für Eurosport 1 auch am Sonntag drauf. Und wie gesagt, Samstag schon um 12.30 Uhr, weil wir einfach dieses nächste Bergfestival hier haben. Und das will natürlich auch gezeigt werden in epischer Breite. Genau. Wisst ihr Bescheid? Könnt ihr gucken. Was gibt es noch Schönes an diesem Wochenende? Ich muss es mal suchen, weil so langsam gehen mir, glaube ich, die Sportarten aus. Rugby hatten wir, Football hatten wir, Radsport hatten wir. Das haben wir auch. Klettern gibt es noch. 20 Uhr in Kopa. Eurosport 1 am Samstagabend. Da gibt es Lead-Klettern der Männer und der Frauen. Ihr wisst, ich mag Lead-Klettern. Wer Lust hat, kann ja am Abend mal reingucken, wenn ihr sonst nichts anderes sehen möchtet. Gibt ja genug. So, dann gucken wir nochmal auf den Sonntag. Ob ich da noch irgendwas verdattelt habe? Ich finde bestimmt noch irgendwie so ein bisschen Kleinscheiß. Hier Handball wollte ich noch was sagen. Genau, Flensburg hat gewonnen gegen Kiel im Topspiel. Das ist noch offen gewesen als Ergebnis. Habe ich hiermit verkündet. Dann schauen wir mal kurz, was sich sonst noch so tut in Sachen Handball an diesem Wochenende. Denn da gibt es bei 9 Sports bestimmt wieder die Handball-Bundesliga. Genau, und zwar am Samstag 19 Uhr Göppingen, Gummersbach und Balingen-Waldstädten gegen Erlangen. Und am Sonntag, würde mich doch wundern, wenn da nicht auch was wäre. Sonntag ist auch immer Handball. Ja, volles Programm hier. Guck mal. 15 Uhr Kiel gegen Melsungen. Dann um 16.30 Uhr ein Dreierpark. Leipzig, Wetzlar, Magdeburg, Hamburg, Hannover, Pogdorf, Rhein-Neckar-Löwen. Und um 18 Uhr Bergische HC gegen Berlin und Stuttgart-Eisenach. Und das Spiel Kiel gegen Melsungen gibt es um 15 Uhr wieder auf BILD TV im Fernsehen, ohne Abo zu sehen. Den Rest auf Dein Sports mit Abo. Abo über Handball, da haben wir auch noch was ganz Besonderes. Die SG Bietigheim spielt nämlich in der Qualifikation zur Frauen-Champions-League zu Gast bei Butuk Nostpott-Gorica. Das Ganze gibt es um 14 Uhr zu sehen auf der Zone. Wer da Lust drauf hat auf Handball und sagt, ich habe zwar keinen Dein, aber ich habe der Zone, der kann dann um 2 Uhr sich dieses Quali-Spiel reinziehen. Aber wie gesagt, da ist ja auch Basketball und da ist ja auch Ruder-WM und und und. Was für ein Sportwochenende. So, Rugby haben wir geklärt, Radsport hatten wir auch. Ich glaube, jetzt lichtet es sich dann doch so ein bisschen, aber ich traue dem Braten noch nicht so ganz. Gucken wir mal hier genau drauf. Es soll ja wirklich vollständig sein. NFL hatten wir. DTM hatten wir. Oh, sieht ganz gut aus, glaube ich. Das hatten wir auch. Achso, nochmal für die Radsportfreunde. 19 Uhr am Sonntagabend gibt es den Grand Prix von Montreal. Ach ja, und Reiten gibt es auch wieder. Guck mal hier, Dressur-EM, der Grand Prix. Die Kür gibt es am Sonntag um viertel nach drei live aus Riesenbeck im WDR Fernsehen. Genau, also auch das ist noch am Start. Eishockey hatten wir auch schon. Bin durcheinander gekommen heute, muss ich gestehen. Hockey-Bundesliga, habe ich schon erwähnt. Beginnt am Samstag, die Hockey-Bundesliga. 12 Uhr geht es los. Klub an der Alster Frankfurt und Harvest-Rude gegen Mannheim. Und dann am Sonntag ein Riesenprogramm über den ganzen Nachmittag hinweg. Da wollen wir nicht zu sehr ins Detail jetzt gehen. So, das haben wir auch. Handball hatten wir gerade. Football haben wir vorhin schon durchgeklärt. Ich glaube, jetzt finde ich hier auch nichts mehr. Tischtennis hatte ich erwähnt. DTM hatte ich erwähnt. Jetzt reicht es dann aber auch. Es sind 20 Minuten durch und dann ist es irgendwo auch mal gut. So, schönes Wochenende wünsche ich euch. Mit ganz viel Sport. Basketball gucken am Sonntag nicht vergessen. Und alles, was ihr drumherum euch legt. Ob es Tennis wird, ob es Fußball wird, Frankfurt, Juventus, nicht vergessen, Ironman. Irgendwas werdet ihr finden, da bin ich mir sicher. Habt Spaß bei diesem Wochenende. Wir sehen uns, wenn ihr wollt, am Montag wieder zum nächsten aktuellen Frühsport. Morgen Sonntag erscheint die NFL-Vorschau. Spezial mit einem Feuerwerk der guten Laune. Ja, mit okayer Laune würde ich sagen. Schaut ruhig rein. Ich glaube, es lohnt sich auch da. Und generell, wie immer die Empfehlung, abonniert diesen Kanal. Verpasst hier nichts. Auch keine Sondervideos. Was da alles immer mal hier gehochladet wird. Hochgeladen. Hochgeladet. Hochgeladen. Wird. Irgendwas Schluss machen. Tschüss. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020